Dieses zu veräußernde Fünfzimmer-Einfamilienhaus steht in Pforzheim. 1980 wurde dieses Objekt erbaut. Das Haus verfügt über einen Parkplatz. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 576 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 128 Quadratmetern. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 340.000 Euro. See Immobilien Management GmbH steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung.